Ich könnte mir jetzt eine neue Schaufel machen, aber dazu habe ich jetzt definitiv kein Bock. Waren hier nicht mal Fackeln dran? Schwimmen hier auch nicht, aber da waren Fackeln dran. So. Das heißt jetzt also, ja, ist schon recht umfangreich hier jetzt geworden. Das heißt, ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen und werde nach dieser Aufnahmepause erst mal schön farmen gehen. Gut, okay. Bevor ich die Aufnahmepause mache, werde ich hier vielleicht noch ein bisschen... Hier ist die Holzkiste. Vielleicht noch wieder ein bisschen Boden verlegen, weil irgendwie... kommt es mir ein bisschen... mein Haus ein bisschen nackig vor. Wenn ich da keinen Boden drin habe. Und ich habe zufällig auch Angst, ständig irgendwo reinzufallen. Zack. Ähm. Okay. Stichwort reinfallen. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, so komme ich wieder raus. Indem ich hier den Boden entferne. Ups. Den Boden meine ich natürlich. So. Äh. Ja. Ähm. Okay. Die sind nicht ausgefahren, weil ich höchstwahrscheinlich irgendwo versehentlich Redstone entfernt habe. Och, Menno. Gibt es denn das? Oder weil ich irgendwo eine Torch entfernt habe. Äh. Äh. Nee, der ist ja richtig. So. Zack. Aber bei dem hier funktioniert es nicht. Das heißt. Hier nochmal kurz auseinander nehmen. Warum sind die jetzt nicht rausgefahren? Ähm. Äh. Ach ja, weil ich auch doof bin. Der kommt hier hin. Also sprich, hier ein Sand und hier ein Redstone drauf. So. Dann hätte der Brick da sein müssen. So. Zack. Da noch einer hin. Dort und dort und dort. Und hier. Und da und da. Und hier eigentlich auch einer, aber den habe ich jetzt gerade nicht mehr übrig. So. Dann machen wir den Boden noch zu. Plopp. Plopp. Dann tun wir den Dirt noch kurz entsorgen. Dann. JIN. wohl. Und Redstone Torch. Komm weg. So. Holz. Spruce wood. Spruce wood stairs. Äh. Piston kommt hier rein. So, Kohle mal da hin. Gucken, Zaun kommt da hin. Birchwood kommt da hin. Birchwood Slabs. So, Dirt werfe ich gleich noch weg. Brick. Hm, ja, gut. Brick tun wir erst mal hier rein. Genauso wie das Fleisch essen wir noch kurz. Torch kommt da rein. Iron X und Dings. Der kommt auch da rein. Kurz mal naschen. So, und jetzt gehen wir mal eben kurz. So, ich habe jede Menge Dirt. Weg, 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 auch weg. So, Dirt ist weg. La, 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 la. Ich war es nicht. Von außen sieht das, ist das doch alles dicht jetzt, oder? Ja. Ist jetzt alles perfekt wieder zu. Man sieht nichts. Das heißt, Redstone Torch entfernen. Einmal hier. Zack, zack. So. Und, äh. Ja, dann sage ich mal, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich sage Tschüss, bis denn. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft. Und da es draußen irgendwie so, äh, 32 Grad sind und hier drin, wo ich sitze, ach, 28 bis 30 Grad. Das Innenthermometer habe ich gerade nicht im Blick. Äh, deswegen erspare ich mir das viele Gelaber und wünsche euch viel Spaß bei einer weiteren Zeitrafferaufnahme. Denn ich, äh, grabe meinen Keller um. Jo. Äh, eventuell quatsche ich bei der Folge morgen etwas. Vielleicht ist es morgen ja nicht mehr so warm wie heute. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.